Hi Jungs, habt ihr schon was gefangen? Da hat einer angebissen! Oh nein, wie schade! Was für ein perfekter Tag, um am Strand zu spielen! Nicht wahr, Kinder? Komm schon, Zitron! Es war ein Versehen! Schau doch, Barry tut es wirklich leid! Sei nicht wütend! Oh nein, zu Hilfe! Rodeo, Booster, die Kinder brauchen euch! Schnell, Zeit zum Verschmelzen! Rodeo! Du schnappst ihn dir später, Robo. Lass uns die Kinder retten. Komm schon. Die Kinder müssen hier irgendwo sein. Das muss Sunny sein. Ja! Jetzt lass uns deine Freunde finden, Sunny. Barry, da bist du ja! Schau hinter dich, Dummerchen! Bravo! Bravo! Zitron treibt sich immer noch hier rum und macht Ärger. Schauen wir mal, was Zitron vorhat. Was hast du jetzt schon wieder vor? Walter, du brauchst Hilfe! Unternimm etwas, Robo! Ich glaube nicht, dass man Haie angeln kann. Vielleicht brauchst du hierfür etwas Extra-Hilfe. Zeit zum Verschmelzen! Wow! Du siehst so cool aus! Schnapp sie dir, Robo! Klasse Technik, Robo! Gute Arbeit, Robo! Du warst unglaublich! Ist alles okay, Zitron? Was für ein perfekter Tag, um am Strand zu spielen!